Willkommen zurück, wir sind im Paso Double und heute möchte ich euch die Figur Chassé Kappa zeigen. Viel Spaß dabei, die ist echt toll, eine meiner Lieblingsfiguren. Ich starte mit euch, meine Damen, ausnahmsweise. Appell, zwei, drei, vier. Um den Herren rum, steht jetzt hier drüben. Chassé Kappa, zwei, drei. Chassé Kappa, zwei, drei. Chassé Kappa, zwei, drei, und Pose, zwei, drei, vier. Dame dreht, seit, ran, seit, ran, seit, ran. Das ist die Chassé Kappa insgesamt. Was ihr euch vorstellt, ist, ihr müsst wissen, wo der Herr ist. Ich hole mal meine Lieblingsrote Stange aus der Ecke, die repräsentiert so ein bisschen den Herrn. Gleich noch einmal. Appell, zwei, drei, vier. Um den Herren rum. Chassé Kappa, um ihn rum. Schließen am Ende. Chassé Kappa, um ihn rum. Chassé Kappa, um ihn rum. Und Pose, zwei, drei, vier. Der Herr bleibt, wo er ist. Dame dreht, wir tanzen Chassé gemeinsam, seit, ran, seit, ran. Okay? Bisschen klar geworden, wo der Herr steht. Ja? Und dass ihr immer um ihn rum müsst. Weil ihr seid die Kappa. Ihr wollt nicht so viel frontal vor ihm stehen. Ja? Ihr wollt in dieser Chassé Kappa, wenn ihr da oben rum tanzt, der ist hier. Und ihr probiert immer schnell auf die andere Seite fliegen zu kommen, damit er nicht verletzt wird. Das waren die Damen-Schritte. Kommen wir zu euch, meine Herren. Wir tanzen. Appell, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Chassé seit, wiege. Chassé seit, wiege. Und Foh. Zwo, drei, vier. Dame dreht, seit, ran, seit, ran, seit, ran. Ihr seht, ist eine sehr lange Figur, meine Herren. Gleich nochmal für euch. Die Dame ist die Kappa, das Fuh. Und deswegen probiert ihr sie, häufig auch, ich kann es nicht alles komplett zeigen, aber, ja, wie eine Kappa zu behandeln. Ich spieße jetzt mal meine Jacke auf meine heißgelegte rote Stange. Zack. So, ja, meine Damen. Und gerade, wenn ihr das am Anfang tanzt, ich bin mein Herr, das ist die Dame, ja, dann merkt ihr das. Appell, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Ihr habt sie jetzt hier rübergeführt. Ihr lasst sie auch weg. Ihr wollt sie nicht vor dem Körper haben. Sie bleibt da drüben. Chassé seit. Jetzt liegt ihr weg, führt sie rüber und geht auf den Fuß drauf. Chassé seit. Weg, drauf. Chassé seit. Weg, drauf und Foh. Ja, da kommt ihr dann an. Die Dame hat am Ende nach der Pose auch noch eine Drehung, meine Herren. Die habt ihr tatsächlich nicht, ja. Also ihr braucht sie nicht tanzen. Für den Herrn nochmal gezeigt. Appell, vor, vor, seit. Rück, rück, schließen. Chassé, Kappa. Rum, für. Chassé, Kappa. Rum, für. Chassé, Kappa. Rum, für. Und Pose. Zwei, drei, vier. Dame, dreht. Seit, ran, seit, ran. Neigen beim letzten Mal. Aufgelöst. Super schöne Figur. Macht echt Spaß, sie zu tanzen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben.